Du kreierst ein Karma, wenn du zum Beispiel etwas falsch machst in deinem relativen Leben. With that I understand that the Karma is connected to the relative life. So how come that your Karma follow you in your next life, if it's not connected to your soul? Wie kann es sein, dass dieses Karma dir folgt mit deiner Seele? Wie kann es sein, dass wenn du etwas falsch machst, dann wird das Karma charged. Und wenn du das Karma machst, dann wird das Karma verabschiedet. Wenn du das Atme verabschiedet hast, dann wird das nächste Karma verabschiedet. First thing, when we do wrong or good or bad, due to doership, the Karma getting charged. Also zuerst ist, dass du es tust, ob gut oder schlecht, wenn du das tust, durch das, dass du der Handelnde bist, dann lädst du Karma auf. Suppose if you do bad things, still you have intention that I don't want to do this, I feel very sorry for this, so you are charging good Karma. Also selbst wenn du schlechte Dinge tust, wenn du aber die Absicht hast, ich wollte keine schlechten Dinge tun, und du bist wirklich, du fühlst dich im Grunde genommen, wie sagt man, du fühlst Treue dafür, dann wirst du kein schlechtes Karma kreieren, sondern gutes Karma. So by action we are not charging Karma, by intent we are charging Karma. Wir kreieren kein Karma durch die Aktion, sondern durch unsere Absicht. So by wrong belief, what is your name? Durch die falsche Überzeugung, was ist dein Name? Ghi. 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 So we are willing that I am Ghi and I am Doer for this action. If you are become owner of this action or Doer of this action, that's why you are charging new Karma. Wenn du glaubst, dass du Ghi bist und du glaubst, du bist derjenige, der diese Aktion getan hat, du bist jetzt sozusagen der Eigentümer dieser Handlung, dann kreierst du Karma. Now, another part of the question. The body is a means, means it is a means, means it is a means. The body is only the instrument, the vehicle by which the bad karma is done. The ego is the one that is having the intention to the bad karma and that ego goes along with the soul to the next life. Also die Handlung, die durch den Körper gemacht wird, der Körper ist nur das Instrument der sogenannten schlechten Handlung. Die Absicht kommt vom Ego, diese schlechte Handlung zu tun. Und dieses Ego, das geht mit der Seele weiter. Er hat neues Karma geladen und dieses Karma wird im nächsten Leben entladen. Verstehst du? Yes, just to be clear, it means that from a life to another, you go to another life with your soul and your ego. And it's your ego who brings the karma. Correct. Das heißt, um das richtig zu verstehen, um klar zu sein darüber, das heißt, du gehst von einem Leben zum anderen mit deiner Seele und deinem Ego. Und das Ego bringt dein Karma mit. Correct. Richtig. And just the last, and so it's the karma who makes that the pure soul never increase or decrease. It's like a tank that you fool with good or bad experiences. Is it that? Egoism has bound to be that. And according to that load of karma of the egoism, the soul has to follow either to a lower life form or to a higher life form. Ego hat das Karma kreiert und entsprechend des Karmas, das das Ego kreiert hat, geht die Seele mit dem Ego entweder in eine niedrigere Lebensform oder in eine höhere Lebensform. You understand? Verstehst du? Thanks a lot. Okay. 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 Vielen Dank.